Die Berichtssaison in der Schweiz ist erfreulich angelaufen. Die Unternehmensergebnisse im ersten Halbjahr 2017 lagen mehrheitlich über den Erwartungen und die Konjunkturaussichten für das zweite Halbjahr sind solide. Die Unternehmen schauen zuversichtlich in die Zukunft. Schweizer Unternehmen verfügen über attraktive Wachstumsaussichten. Sie sind international bestens aufgestellt und gehören zu den innovativsten überhaupt. Dank der soliden Konjunkturentwicklung weltweit profitieren sie von der verbesserten Nachfrage in ihren jeweiligen Endmärkten. Die Effizienzgewinne, welche im Zuge der Aufhebung der Euro-Untergrenzen umgesetzt wurden, stützen die Marge. Laufende Investitionen in innovative Produkte stärken zudem die Marktposition. Zuletzt erstarkte der Euro gegenüber dem Schweizer Franken. Setzt sich dieser Trend fort, profitieren exportorientierte Unternehmen. Schweizer Aktien verfügen über attraktive Wachstumsaussichten. Die verbesserte Gewinndynamik und die soliden Konjunkturaussichten relativieren die hohe Bewertung am Schweizer Aktienmarkt. Setzt sich die Stärke des Euro gegenüber dem Schweizer Franken fort, profitieren die Unternehmen von einer verbesserten Margen und auch Umsatzentwicklung. Schweizer Aktien sind Kernanlagen in einem erfolgreichen Portfolio.